So, bist du weiblich oder bist du männlich? Du bist weiblich. So, ich hätte gerne mal irgendwie ein männliches Destral, das dauert immer ein bisschen, das ist halt scheiße, aber sind nicht einfach wahrscheinlich zu fangen. Das lässt du schön sein. Du hattest noch nie einen Pilzeintopf wie den, den meine Mutter gekocht hat. Pilze, so groß wie Salatköpfe. Stell dich doch nicht so an. Komm schon, ich will doch nur helfen. Ja, ist das blöd. Ja, ist das blöd. Du wahren nochmal meine Freude. In Dauerholt. Oh, come on. Will ich die erst mal locken, oder was? Kannst du nicht mal herkommen? Oh, come on. 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 Okay. 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 So, okay. Okay. So, okay. Okay. ein bisschen wieder erinnern wir haben genug bohnsteine Ja, das war direkt da hinten, ne? So. Wir haben einen Telstraal. Mindig. Caligo. Ne, warte mal. Äh, zurück. Jetzt ist alles gut. So, Caligo rein. So, interagieren. So, wir züchten mal was. Haben wir nicht irgendwie zwei gehabt oder so? Ach so, ja, natürlich. Da ist schon die zweite. Da ist schon wieder. So, ja. So, ja. Und dann hier. komme ich jetzt rein noch ja die will jetzt gerade mehr weniger mal in ruhe gelassen werden was ja auch ein bisschen was ständig ist nie so muss ich jetzt irgendwie warten noch mal was muss ich noch gleich setzen sie sie ins selbe tiergehege in dem das zuchtgehege ist benutzen sie dann das zuchtgehege sprechen sie mit die wenn sie fertig sind naja das problem einmal kann ich ein bisschen die ganze schuze beschleunigen richtig also wir haben jetzt noch 27 minuten die müssen wir jetzt ein bisschen so warte mal so ich befürchte dass wir jetzt müssen was warten müssen das ist klar zu dem 27 minuten müssen wir jetzt abwarten ja das problem ist das weiß ich habe ich gesagt keine nutze diese müssen die 27 minuten werden kann ich dich irgendwie jetzt gerade ein bisschen kann ich hier wieder ein bisschen genau ich hoffe dass es jetzt ein bisschen geht ich hoffe dass ich jetzt bisschen glück habe dass ich jetzt mehr oder weniger bis die zeit gut gemacht habe ich hoffe dass sie jetzt nicht immer noch so lange brauchen ok hier bin ich glaube ich ein bisschen falsch ok das hat es leider jetzt erst mal gerade nicht gebracht bis jetzt durch diese 25 minuten abwarten aber vorher werden wir natürlich eine andere mission machen also wir werden das thema dann irgendwann mal während einer mission zusammen mal abschließen das heißt ich mache jetzt hier eine mission wir werden jetzt weitermachen mit der besorgten mutter mit nati und dann sehen wir uns in der nächsten folge wieder und dann machen wir die besorgte mutter vielleicht machen wir noch die drehraum und kobold und kopf werden was letztes machen gut ich bin mal raus heute wir sehen uns in der nächsten folge wieder bei let's play hogwarts legacy jetzt muss ich gerade gucken wie ich hier irgendwie mal gerade genau astronomie turm hüpfen und dann sehen wir uns in der nächsten folge wieder hier bei let's play hogwarts legacy und dann geht es weiter mit dieser mission bis dahin tschüss so möglich 았 und mit mit